Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield 3 im Multiplayer. Wir spielen jetzt hier mal eine Runde Conquest Domination auf Zybertower, glaube ich. Und ich muss mich erstmal wieder in das Spiel einfinden. Bestimmt drei Wochen nicht mehr gezockt. Ihr kennt das Spiel, ich spiele meistens nur, wenn ich aufnehme. Warum auch immer, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ey, schieß nicht auf mich hier. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren, ne? Weil das ist gerade komplett ungewohnt alles. Ich schmeiß mal eine Granate dahinter. Ey! Oh. Ich dachte, mir decken die Leute von hinten den Rücken, aber dem ist anscheinend nicht so. Ich bin also auf mich allein gestellt, das ist ja toll zu wissen. Ich hoffe, dass ich jetzt... ...nicht gleich wieder sterbe. Ja. Das fängt ja toll an. Ich sollte mich einspielen, bevor ich aufnehme, weil so hat das gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Das ist ja total scheiße. Er kämpft da schön im Eck drin, auch gut. So macht man es richtig hier. Mein Gott. Okay. Jetzt aber ein bisschen Konzentration hier. Das ist immer so scheiße mit der Steuerung, wenn man das länger nicht gespielt hat. Du kommst gar nicht klar, ey. Das ist... Ne. Nicht mehr normal ist das. Und du hast doch gar keine Orientierung mehr. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ich check gar nichts. Ist doch scheiße hier. Mein Gott. Bitte jetzt. Es kommt da gleich wieder einer ums Eck bestimmt. Ja, das hättest du wohl gerne, hä? Nein, den wollte ich reanimieren. Ich brauch doch für meinen... Ähm... Ja, für meinen Auftrag noch Squat-Reanimationen. Und Squat-Heilungen, glaube ich. Sofern ich mich da nicht vertue. Aber ich glaube, so war das. Da wurde gerade einer beschossen. Äh... War das gerade hinter mir? Schauen wir doch einfach mal nach. Hier sehe ich gar nichts. Wow. Das war... Mehr oder weniger Glück, dass ich den da jetzt noch gekriegt habe. Der hatte sowieso schon wenig Leben. Sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben. So, und schnell wieder weg. Immer schön in Bewegung bleiben. Halt, bleib doch hier. Ich möchte dich heilen. Stopp! Und nimm mit mir mal das Ding hier ein. Das wäre sehr freundlich. Scheiße. Wow, 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 wow. Naja, egal. Zumindest habe ich den einen noch weggekriegt. Wie gesagt. Einspielen muss schon sein. Sonst ist das hier echt ätzend. So. Ja, was war das denn gerade in der Panzerfaust? Kannst du mal schön vergessen hier. Ach, da habe ich sogar einen erwischt. Ey. Mein Gott. Man muss sich echt immer umschauen, sonst verreckt man nur noch. Ja, ich bin letzter. Ist ja super. Boah. Lässt mich bloß in Ruhe. Hier ist dein Medikist. So. Verreckt doch. Und lebe. So. Ja, ja, kontrolliert alle Stellungen. Das glaubst aber auch nur du, ne? Das werden wir doch gleich mal versuchen zu ändern. Wir helfen dem mal hier. Ach, scheiße, da kam ich zu spät. Da war ich leider zu spät, ja. Kann man nichts machen. Aber ich bin gerade eh froh, wenn ich mal länger als drei Sekunden überlebe. Das ist für meine Verhältnisse schon sehr gut. Wow. Schreckt mich doch nicht so. So. Mein Gott. Das ist... Kommt immer so überraschend. Jetzt. Das ist echt peinlich, was ich hier ablieferte. Das ist... Ja, genau. Ey, jetzt... Mein Gott. Ich glaub, ich nehm lieber gleich GTA auf, ey. Das gibt's ja nicht hier. Scheiße. Ja. Schau, dass du verreckst. Gammler, du ekelhafter. Schau, wir kontrollieren jetzt alle Einsatzziele. Gute Arbeit und weiterzum. So, wir kontrollieren alles. Ich hab da nichts zu beigetragen. Ganz toll, ne? Granate ins Face. Viel Spaß damit. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Oh, wo sind jetzt hier die Gegner? Ne, da war keiner. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Und in Deckung. So. Aber ich sollte da eigentlich auch mal hin jetzt und das Ding hier einnehmen. Ich renn dazu einfach mal... Oh, mein Gott. Die immer mit ihrer Shotgun. Vielleicht sollte ich auch mal eine nehmen. Dafür braucht man nicht so viel Skill. So. Gott, bin ich schlecht. Gott, bin ich schlecht. Das gibt es nicht. Den hätte ich so zehnmal kriegen müssen. Und ich... Was mach ich? Ich kann gar nichts. Mein Gott. Das ist ja echt ekelhaft. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Boah, der mit seiner Shotgun. Der geht mir vielleicht auf den Sack. Das kann er wohl nicht... Ja, zehn zu zehn. Na gut. Das ist immer noch positiv. Also... Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber trotzdem. Das ist absolut inakzeptabel, was ich hier gerade mache. Das ist echt nicht mehr schön. So. Erstmal schön Double. Triple geht auch noch. Ohne Probleme. Pro-Gamer. Für so einen Pro-Gamer, wie ich bin, ist es überhaupt kein Problem hier. Ne? Ist klar. So. Aber wir verlieren. Das ist nicht so schön. So. Ja, ist ja gut. Ne, 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 ne. Ja, dann geht er natürlich wieder auf mich, ja. Ich meine, da war ja nicht noch ein Kollege vor mir. Ne, da muss er mal auf mich gehen. Weil ich bin ja der Böse, der... Mein Gott. Der getötet werden muss. Ist klar. Ja. Ja, das war ja... Eine ganz tolle Sache. Ey, da ist der schon gestorben. Ich wollte ihn doch gerade töten. Was soll das? Orientierung wie so ein... Keine Ahnung. So ein Sack Reis habe ich. Ja, komm, lass den doch nicht killen. Was soll denn das hier? Du musst ein bisschen mehr aufpassen, Kollege. Gibt's ja nicht. So, einnehmen. Ja. Oh, nein, 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 nein. Komm schon. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die Gegner? Wo sind die? Wow, da kam... Ich sag's euch, dieser... Dieser Typ hier mit diesem... Mit diesem 51er Level. Da ist so ein Affe. Der killt mich... Der hat mich bestimmt jetzt... Ja. Schön vergessen hier. Pimmel. So, hier. Ja, danke. Ja, danke. Dafür, dass ich die jetzt alle reanimiert habe, muss er mich jetzt natürlich hier weghauen. Ist klar. Ja. Passt vielleicht mal auf den auf hier. So. Nein! Mein Gott. Ey. Gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Was? Also, manchmal wollen die echt nicht, dass ich einen reanimiere, habe ich das Gefühl. Jo, 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 das könnte was geben. Hm. So. Habe ich jetzt zwei oder drei geholt von hinten? Ich glaube, es waren nur... Leider nur zwei, oder? Ich weiß es gar nicht. War auf jeden Fall eine coole Aktion. Da ist einer verreckt. Geh mal hoch. Ja, alle Einsatzziele verloren. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, weißt du? Hier. Von wegen alle Einsatzziele verloren. Und wir wurden befördert. Wow, 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 wow. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Unser Freund mit der Shotgun. Geil. Fick dich einfach, ja. So was aber auch. Und wir haben einen Service-Star. Das heißt, wir haben also 100 Kills mit der Waffe, glaube ich. So, so, also habe ich schon 100 Leute getötet So